So, vielleicht noch irgendein Thema gerade angefangen, ich glaube keine Ahnung. Genau, ich war nur spielig beim Manga mit Twilight Princess. Der ist halt rein storytechnisch netter erzählt als Story an sich selber. Also Sidequests oder Sidecharaktere, die hier im Spiel wenig Sinn machen, machen da mehr Sinn. Die bekommen da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit irgendwie. Und wenn ich jetzt von Occamino of Time, der ja fertig ist als Beispiel nehme, Mean of Time ist... Hallo? Raben. Oh, es sind ein paar Raben, what the fuck. Was geht mit euch? Ich habe irgendwie leicht Angst, Rabenbedrohung. Ich habe keine Pfeile mehr, ja klasse. Ah, Pfeile, da haben wir doch beredet. Wieso hat der Rabe Pfeile gedroppt? Link, wo bist du? Ach, nö. Hallo Link. Ich habe Post für dich. Ich habe hier zwei Briefe für dich. Oh, ich bin jetzt auf, dass du die Melodie summt. Also, das wäre erledigt. Und ab die Post. Unser landeseigener Drogenjunkie. Und hab dich. Hier steht war männlich gefangen. Das ist ein Goldener. Ich glaube, ich weiß auch noch, wo der Weibliche war. Der war, wenn ich mich nicht komplett irre, irgendwo da oben. Den Stein hier. Genau, Ocarina of Time, da hatte es wenig Story an sich. Und da wurde halt ein bisschen, zum Beispiel Vulvagia, hat eine nette kleine Vorgeschichte bekommen. Link hat ihn ursprünglich auf dem Hyrule-Markt gekauft und ihn dann freigelassen. So, und dann hat er ihn halt als erwachsenen Drachen umbringen müssen, weil Ganon sein Gehirn, also sein Verstand, umgepolt hat. Das war mies. Wo ist mein Käfer? Irgendwo hier ist mein Käfer. Eigentlich war auf dem Pferd, ist man mehr sicher. Land der Scheiße hier. Hm, ich glaube, die Höhle, da bringt man noch nicht an zu viel. Wie weit springst du bitte? Okay. Meine Fee ist gleich wieder dahin. Klasse. Ich mein's mir jetzt, dass ich in der Höhle nichts machen kann. Das müsste jetzt eine Eishöhle sein, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja. Komm ich nicht durch. Mit dem Feuer kann ich auch nichts machen? Oder? Nee, ich kann ein Stück Holz natürlich nicht nehmen und damit das Eis wegschmelzen. Das geht nicht. Wäre ja... Das wäre ja logisch. Ähm. Dann kann ich das erst nach dem sechsten. Äh. Weiter. Vierter. Nach dem fünften Tempel, glaube ich, machen. Geh weg. Ach so, ein... Okay, Pfeile sind okay. Pfeile machen viel zu viel Schaden. So, wo ist mein Käfer? Käferlein, wo bist du? Irgendwo hier musst du sein. Ich glaub, du warst weiter oben, kann das sein? Ich mein' ich ja. Ja. Äh... Ja, und... Androos Mask war teilweise sogar ein bisschen sehr kurz gekommen. Ich glaub, der Inkana Canyon, der eigentlich nette Background-Story hat, der hat, glaub ich, nur zwei Seiten gehabt. Aber gut, war auch nur ein Manga-Band. Das meiste floss halt in den Anfang rein. Der Story. Könntest du bitte treffen, Link? Danke. Ähm. Das meiste floss in den Anfang rein, der Story. Und... Danach, äh... Ja, Kaffheis Geschichte kam so ein bisschen dann zur Geltung. Die Ingame vielleicht nicht ganz so gut rüber kam. Weil doch, die kam Ingame sogar sehr gut rüber. Aber sie... Ja, die Kaffei-Quest ist eigentlich... Story-technisch recht wichtig. Oder sinnvoll. Und das war halt, ähm... Im Spiel halt nur eine Side-Quest. Im Manga war es dann... Story-begleitend. So ein bisschen. So, hier müsste ich, glaub ich, zu den Zoras kommen, oder? Wenn ich mich nicht irre. Genau. Und so komm ich jetzt auch an ein paar Stellen eher im Spiel, glaub ich, ran. Ähm... Wie ich vorher sonst hätte nicht... Okay, ich mach grad echt geilen Nebenkram, den ich eigentlich gerade schon dachte. Ich könnte ihn nicht machen. Aber es müsste funktionieren, wenn ich mich nicht irre. Ich hab sowohl den Bogen als auch, äh... Bomben. Es sollte... Hinhauen, was ich mir denke. Okay. Ähm... Ja? Ja? Okay. Ich glaub, das Ganze wird so ein bisschen eher funktionieren. Zack. Und rüber. Also nebenbei, wir können ja mal wieder angeln eigentlich. Stell'n wir wieder so auf. Wollen wir das vielleicht nicht später unbedingt so auf Tafelkomm raus versuchen. What? So. Okay. Das funktioniert, glaub ich, hier oben nicht. Vielleicht da drauf. Die Strömung ist, glaub ich, allgemein zu... Ja. Die Strömung ist allgemein zu stark. Okay. Ah, und hier oben muss ich ja eh nochmal später hin. Mh... Dann geh ich jetzt erst, glaub ich, wieder zurück, weil... Soll ich jetzt hier rumrenne, ich kann hier später... Ich muss hier sowieso gleich nochmal hin. Ist rar. Ich kann hier auch noch was machen, eigentlich. Ja, ich bin nicht irre. Aber das kann ich alles erst gleich machen, wenn ich dann, ähm... ... mir besagtes Geschenk geholt habe. Aber nett, dass ich das doch schon machen kann. Ich dachte, das könnte ich ja später machen. Oh. Den Weg rüber sieht man auch mal so relativ leicht, find ich. So, nebenbei. Das da hin. Okay. Ich glaub, mittlerweile macht der Link-Amiibo doch ganz gut Sinn. Nicht bei 30 Pfeilen maximal, aber allgemein. Boah, treff ich den da hinten? Ich hab keine Pfeile mehr. Scheiße. Okay, jetzt wird's... Jetzt wird's hart. Nein. Link. Nein, 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 nein. Ja, ja, hier einfach drauf. Danke. Ah, ich hab nur einen herz. Das quält mir nicht. Achso, ich könnte nebenbei mal speichern. Bevor meine Switch irgendwie mal den Geist aufgepende. Ähm. Ich mach mal... Ich speichere mal auf die leere Datei. Wenn ich zwischendrinne speichere, mach ich das auf der mittleren Datei. Und wenn ich ein Stream aus irgendwelchen Gründen nochmal komplett wiederholen muss, weil irgendwas passiert ist im drinnen, dann hab ich immer noch die erste Datei. Also eine Sicherheitsdatei quasi. Das falsche Gründen sieht extrem billig aus mit der 2D-Wand, aber okay. Die ganzen Steine hier kann man, glaube ich, wegsprengen, wenn ich mich nicht irre. Äh, wir kommen auch da vorne auch noch nicht zurück. Macht also keinen Sinn, die Ebene zurückzugehen. Ähm. Boah. Also, ich glaub, den Wasser-Tempel mach ich nicht mehr. Dafür bin ich schon zu lange jetzt wieder online mit 2 Stunden. Aber eine Stunde oder so hab ich jetzt bestimmt mindestens Nebenkram vor mir. Fast 2 Stunden. Äh, das ist auch okay. Muss ja echt nicht, äh, wirklich... Ich muss mich ja nicht schätzen. Zumindest den Wolfsabschnitt wollte ich halt relativ schnell fertig haben. Weil da hatte ich eigentlich nichts mehr zu tun sonst. Und irgendwie, das... Da kommt man ja raus, wenn mein Zora-Fluss da abgetrieben wird. Ähm. Ähm. Vermisse meinen Käfer. Wo ist mein Käfer? Der muss hier oben sein. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass er hier oben ist. Da. Da an der Wand. Klebt da. So. Mini oder ich? Okay. Locken hat funktioniert. Super. Wusstest doch, dass er hier ist. Komm runter zu mir. Äh, ja. Mini-Spoiler. Die Dinger sind praktisch, um später Rubine zu bekommen. Aber ansonsten braucht man die gar nicht so sehr. Ist halt ein netter kleiner Sammelgegenstand. So, dann hab ich das. So ein Zoras geh ich gleich nochmal wieder zurück. Da sollte ich erstmal die Hauptquest machen, bevor ich dann dahin gehe. Boah, das ist geil, wenn man nach und nach so ein paar mehr Sachen machen kann. Ist schön. Äh, BB-Fuchs. Dann hast du lange den Trockner beladen. Oh. Es kann auf einer Ebene random anfangen, hier zu gewittern. Das ist interessant. Ähm, Käfer hab ich. Da brauch ich noch nicht hingehen unter Wasser. Das bringt mir nicht viel. Der ganze Abstand ist auch noch uninteressant. Äh, Flusensieb wollte gar nicht werden. Ja gut, aber bei uns kannst du das Flusensieb einfach rausnehmen, aufklappen. Raus nehmen, ganz einfach und wieder reinstecken. Wo ist der Kondensat? Also nicht, ich dachte, okay. Das wiederum wusste ich nicht, dass es da zwei Varianten gibt. Bei uns packst du das Ding einfach, ähm, machst die Tür auf, hast unten das Flusensieb. Äh, nein, 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 nein. Nicht umbringen jetzt. Nur nicht das. Alles, aber nicht das. Ähm. Äh, ja, gesagt. Flusensieb, ähm, ziehst du raus, klappst auf. Nicht dein verfickter Ernst jetzt. Oh. Den, du verdammtes, kleines, dreckiges Arschloch. Meine Güte. So. Verdammtes, kleines, dreckiges Arschloch. Es ist eine Beleidigung, aber eigentlich... Es ist eine Beleidigung, aber eigentlich sagt man damit nur aus, dass sein Arsch nicht abgeputzt worden ist. Und der hat so einen Kondensator, der immer Staub sammelt. Äh, wir haben einen Wärmpumpen trocken. Weil wir keine Mittel für die Abluft haben. Und der Kondensator, der Staub sammelt. Wärmpumpen. Abluft. Überleg gerade. Unser Trockner hat, glaube ich, auch keinen Kondensator für die Abluft dran. Wir haben oben das Wasser-Auffang-Behältnis drin und unten das Staub-Ding. Aber was technische Sachen angeht, bin ich ja eh mal so eine Sache... ...so ein verlorener Fall und allgemein Wissen. Von daher... ...was schon. So treffen wir uns wieder. Dank deiner Anstrengung ist etwas lebender Hyrule zurückgekehrt. Aber noch ist es zu früh, um auszuruhen. Bist du bereit, eine weitere okkulte Kunst zu erlernen, dich für... ...und dich für die künftigen Kämpfe gegen noch stärkere Gegner zu wappnen? Ja. Also gut. Zuvor zeigen wir, ob du die Schildhaken beherrschst. Ich dir das jetzt mal beigelernt habe. Beigelernt habe. Gelehrt habe. Also los, greif mich an. Achso. Achso soll man die eigentlich ja nutzen. Stimmt, da war was. Sehr gut. Du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Also dann die dritte okkulte Kunst. Der Rundum-Heap. Ja, es gibt noch wieder andere, die auch kein Abluft haben, aber ein bisschen anders funktionieren. Ja, gut. Bei Gegner, die nicht nur einen Schild, sondern eine Ganzkörperrüstung tragen, kannst du mit der Schildhaken nichts ausrichten. Häufig schützen solche Gegner jedoch nur ihre Vorderseite, nicht ihren Rücken. Visiere sie mit ZL an und halte gedrückt und springe mit A mehrmals teilneinander, sodass du hinter sie rollst. Triffst sie dann mit dem Schwert. Das nennt man Rundum-Heap. Versuche nun, einen solchen Hieb an mir auszuführen. Okay. Zack. Das ist einer der wichtigsten Moves eigentlich, finde ich. Bei der besten. Hm, dein Körperbeerschung ist gut, aber denk immer an den richtigen Zeitpunkt, im Sprung den Hieb auszuführen. Damit hast du die dritte okkulte Kunst, den Rundum-Heap erlernt. Erlernt, gelernt. Erlernt. Oh, ich meine Hals von Ehren zu kratzen, das ist ein bisschen blöd. Du hast die dritte okkulte Kunst, den Rundum-Heap erlernt. Rolle dich hinter den Gegner, blablabla, passt schon. Nun gibt es noch vier okkulte Künste, die du lernen musst. Übe dich täglich im Schwertkampf, nur so wirst du die okkulten Künste tatsächlich meistern. Lebe wohl, bis wir uns wiedersehen. Ich will halt die Texte möglichst schnell hinter mir haben, um weitermachen zu können. Und dann komme ich halt, sollte ich ins Stolpern beim Reden. Aber passt schon. So was wollte ich jetzt machen. Genau, ich habe ja noch die Briefe. Briefe vom Forstboten. Forstboten. Büro von Ilia. Äh, Briefe. Er enthält was Feines. Eine neue Bombe erblickt das Licht der Welt. Eine fantastische Erfindung, die auch unter Wasser verwendet werden kann. Sie können ab sofort in einem... In meinem Laden erworben werden. Ich freue mich auf deinen Besuch. Burns, Kakariko. Geöffnet. Die Touristeninformationen rannell informiert. Genießen Sie Freizeitspaß, damit in herrlicher Natur. China und Sina bieten neue Attraktionen, die jung und alt begeistern werden. Sie finden beide Flussabwehr zum Wasserfall an der Höhle der Zoras. Chinas Kanu-Abenteuer. Eine rasante Schussfahrt. Auf den Stromschnellen Bombenpfeile sind im Preis enthalten. Chinas Anglteich. Ein Kampf gegen die Natur. Ziehen Sie mit der Angle den dicksten Fisch an Land. Wir freuen uns auf ihren Besuch. Genau. Und das sind solche zwei Sachen, die kann ich... ...doch schon machen, wenn man diese beiden Felsen da umweg gesprengt hat. Normalerweise denkt man... ...wenn man die Welt dann nicht erkundet, dann findet man das erst später wieder. Ich glaube, wenn Sie denken, hey, wie komme ich jetzt wieder zum Flussoverlauf? Aber genauso kommt man halt dahin. Auf normalen Wege. Ich habe übrigens Durst. Ich weiß nicht, was hole ich mir zu trinken? Entweder ich gehe in die Wohnung und suche mir irgendwas zusammen, was ich gerade finde. Oder ich gehe einfach zum Regal und nehme mir eine Cola. Was möchte ich? Ich muss eh bis 9 Uhr wach bleiben noch. Also ich habe noch 8 Stunden, bis ich ins Bett darf. Okay, von daher. Ich komme mir eben schon was trinken. Okay. Ich habe übrigens, bevor ich gerade gestartet habe, ich habe noch einen Ghibli-Film geguckt. Horko Rosso. Der Film war nett, das Ende fand ich aber bescheiden. Der Film hatte jetzt eine leichte Storyline, eine sachte, ich weiß nicht, also nichts so schwieriges. Die Hintergrundmotive sind wieder was anderes, aber er war nett und vor allem relativ alt schon. Das Ende war halt das Schwache irgendwie, weil man keine klaren Antworten hatte. Lauschen. Sag, hast du schon gehört? Ganz hier in der Nähe haben sie wohl einen kleinen Zora gefunden. Der Erms war ganz geschwächt. Aber die Zoras wohnen doch hoch im Norden. Wieso taucht einer von ihnen auf einmal hier auf? Naja, scheinbar hätten sie ihn vorerst in das Wirtshaus, in der blödlichen Straße gebracht. Das Wirtshaus? Meinst du das von Thelma, oder? Ja, das ist auch nicht immer leicht. Naja, eigentlich, mit den Brüsten. Sollte sie es aber haben. Ähm. Der Typ hier, ja, man kriegt hier ein Herzteil. Aber erst, wenn man 1000 Rubine gebendet hat. Das möchte ich jetzt noch nicht machen. Das will ich am Stück machen. Und das kann man hinauszögern. Zumal, wenn mir aus irgendeinem Grund gleich Rubine ein Herzteil fehlen sollte vom Tempel. Also ich kann auf jeden Fall... Zwei auf jeden Fall kann ich holen. Es müssten bestimmt fünf sein, die ich holen kann. Aber, wie gesagt, äh... Ich warte bei dem Typen erstmal. Bis mir wirklich nur noch eins fehlt. Äh, jetzt will ich gerade reden. Auch nicht bald die Show anfängt. Der Showmaster ist einfach toll. Ich kann es kaum erwarten, ihn endlich live zu hören. Macht da bald mal jemand auf? Äh, ich meine, das kann ich... Ja, genau. Das Minispiel funktioniert erst, ähm... Wenn ich Dingensab im nächsten Tempel reden. Magst du eigentlich Hunde? Ich schon. Wenn ich noch mehr verbringen, sie sie immer wieder zurück. Wenn du magst, kannst du auch mal mit ihnen spielen. Es gibt doch Hunde in dieser Welt. Oh mein Gott. Aufheben. Bin die Katzen toller. Hochnehmen. Kann ich einen Hund werfen? Nee, kann ich nicht. Da. Nein. Jetzt ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Äh. Okay, er lässt mich in Ruhe. Äh... Ich mag einfach Hunde nicht. Ich weiß nicht. Man kann sie mögen. Man muss sie aber nicht mögen. Ich bin der Katzentyp. Reden. Wobei, ich muss sagen, mir sind Hunde an sich egal. Solange ich sie nicht in meinem eigenen Haus haben muss. Fremde Hunde? Habe ich kein Problem mit. Hunde im eigenen Haus? Äh, äh. Was? Was ist das? Was? Was ist denn? Auch der vorbei angeht er etwas zu erledigen? Sieht nicht aus wie einer ihrer Freunde. Äh... Ja. Ansehen. Prinzessin Magneta. Ansehen. Nee, ich will das Sensor gucken. Ähm. Öffnen. Ich weiß einigermaßen, was man hier machen kann. Ich weiß, was man hier machen kann. Ich weiß auch, was man hier bekommt. Aber ich weiß nicht, ob ich eine besondere Belohnung direkt zu Anfang bekomme. Ich hoffe ja. Oh, mit dir reden wir gleich. Ich möchte erstmal deine Wohnung angucken. Das ist nämlich eine sehr interessante Wohnung. Meine Güte. Aha. Wir sehen einen Baum in der Mitte. Wir sehen Blümchen. Wir sehen Insektenbilder an der Wand. Was sammeln wir denn so nebenbei hobbymäßig? Vor allem so viele tote Insekten, die so an der Wand hängen hat. Ei, ei, ei. Die Tante ist krank. Reden. Na nun, ich dachte schon, du wärst eine besonders fette Heuschrecke. Aber wenn ich mir so eine Kleider ansehe, dann bin ich sicher, dass du auch ein großer Insektenfreund bist. Stimmst? Verzeih, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Also, ich bin Agneta, die Prinzessin des Insektenreichs. Ich habe die 24 goldenen Insekten dieser Welt zu einem Ball eingeladen. Aber sie kommen und kommen einfach nicht. Ich fürchte, sie haben sich irgendwo verirrt. Wenn du sie siehst, würdest du sie wohl hier in mein Schloss bringen? Wenn du die Insekten findest und hierher bringst, gibt es sie einfach mehr, ja? Okay. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Ja. Wir dürfen die Insekten hier bei ihr abgeben. Und wir haben schon die Hälfte aller Insekten gefunden. Mann, bin ich gut. Zwei Tempel und schon die Hälfte der Goldinsekten. Cool. Ähm. Nashorn-Kiefer männlich. Aber du Nashorn-Kiefer männlich, bist du es wirklich? Aha, der Nashorn-Kiefer, wie schön muss es sein, unter diesem glänzenden Panzer zu schlafen. Danke, danke. Ich bin so glücklich. Vielen Dank, dass du dieses Insekten mitgebracht hast. Ehrlich gesagt habe ich dir nicht viel glücklich getraut. Ich bin wohl eine ziemlich miese Prinzessin. Wenn du das nächste Mal hierher kommst, teile ich mein Glück mit dir. Nimm das hier, um es daran aufzubewahren. Große Geldbörse. Okay, ich kriege sie doch hier. In dir kannst du bis zu 1000 Rubine aufbewahren. Okay, ich könnte jetzt doch eventuell... Übrigens, da wo du das Insekten-Nashorn-Kiefer männlich findest, muss es auch ein Gegenstück dazu geben. Wenn von allen Insekten ein Paar da ist, werden wir alle sehr glücklich sein. Wie erkennt sie bei Insekten bitte? Männchen und Weibchen. Aber okay. So. Nashorn-Kiefer weiblich. Aber du, Nashorn-Kiefer weiblich, bist du es wirklich? Ah, der Nashorn-Kiefer, wie schön es sein, unter diesem ganzen Panzer zu schlafen. Danke, danke, ich bin so glücklich. Ah, dann ist das Paar komplett. Schau nur, wie glücklich die beiden aussehen. Erlaube mir mein Glück mit dir zu teilen. Also, für einen Käfer gibt es 50, für den zweiten gibt es 100. Also 150 pro Paar. So, wir haben noch 5 Paare. Das sind 500, äh, 750 Rubine. Ich könnte die 1000 Rubine vollbekommen für das Herzteil. Mache ich es oder mache ich es nicht? Machen wir das jetzt? Ja, komm, wir machen es. Preis drauf. Noch 22 Insekten. Das ist zwar gegen das, was ich gerade gesagt habe, aber passt schon. Dann geben wir es gleich wieder mit leeren Händen, ähm, ein Tempel und so weiter. In die weite Welt hinaus. Halt, kann ich noch irgendwas kaufen? Oh, gut, ein paar Rubine habe ich hier eh noch übrig. Noch 22 Insekten. Mit deiner Hilfe werden sie sicher bald alle Riki erschaffen. Äh, ja. Kann ich vielleicht irgendwie helfen? Ja. So, Hirschkäfer männlich. Ich glaube, sie sagt jetzt immer irgendwas dazu. Ah, der Hirschkäfer mit so einem Geweih fühlt man sich sicher wie der König der Käfer. Danke, danke. Glück teilen. Ja. Für das erste Insekt gibt es aber keine 50 Rubine. Das ist blöd. Schade. Äh, 300, 600, 700 kriege ich jetzt noch. Hirschkäfer weiblich, ja. Mhm. Ich, ich drücke jetzt einfach durch. Sie sagt immer irgendwas Neues für jeden Käfer. Oder zumindest für das erste Mal bei einem Käfer. Aber, man kann es ja lesen. Er ist männlich. Aber, aber wirklich. Neues kleiner wäre, würde ich sie gerne herumrollen. Danke, danke. Ich bin so glücklich. 50 Rubine. Naja, 19 Insekten. Kann ich dir irgendwie helfen? Mhm. Geiler Assel. Weiblich. Sagt sie das Gleiche? Gucken. Ja, sie sagt es gleich. Also das erste Mal kann ich vorlesen, das zweite Mal nicht mehr. Das Paar. 100 Rubine. Noch 18 Insekten. Äh, ein Paar kann ich ihnen noch geben. Danach bin ich voll mit den Rubinen. Schmetterling männlich. Habe ich mich verzählt bei meinen Rubinen? Eventuell. Danke, danke. Ich finde es alles. Ah, jetzt habe ich es nicht gelesen. Scheiße. Ich gelesen bis jetzt. Ja, ja. Gut, dass ich so fleißig bin. Eine Menge Rubine erstmal. Insekten übergeben. Ah, war Schmetterling. Weil ich bist du es wirklich. Ah, der Schmetterling. Was gebe ich dafür aus, so zart und elegant zu sein? Danke, danke. Ich bin so glücklich. War komplett. Ja, ja. Gib mir die Rubine. Doch, er 16 Insekten. Mit deinem werden sie sicher alle bald einen Weg hierher finden. Ja, ja. Natürlich werden sie das. Ich weiß, du hast noch welche. Ja, aber meine Tasche ist voll und ich... Das wäre Verschwendung. Also, jetzt hoffe ich ja. Oder was? Unglaublich, die Vorhersagen hier treffen ja wirklich ein. Mir wurde vorher gesagt, wenn ich vor dem Laden stehe und warte, dann werde ich von einem heiratswilligen Mann angesprochen. Und siehe da. Aber entschuldige, du bist ja nicht mein Typ. Natürlich, wenn sie die ganze Zeit vor dem Laden stehen bleibt. Natürlich spricht sie irgendwann ein Mann an, der sie interessant findet. Also, ich weiß nicht. Irgendwie... Es ist ein schlechtes Beispiel. Oder ein Trollbeispiel, würde ich sagen. Achso, ah, und hier kann ich auch schon wieder jetzt... Oh. Ne, das ist eine Lampe. Halt. Die kriege ich jetzt nicht. Aber hier gibt es ja auch schon wieder Insekten. Das heißt, ich kriege noch mal eine 50 Rubine. Eigentlich. Aber eigentlich wollte ich jetzt auch nur 8 Rubine einsammeln, damit ich 1.000 voll habe. Ich bin gut, äh, was Insekten angeht, bin ich ganz gut ausgestattet bisher. So, irgendwie... Warte mal, wo ist mein Insekt dann hier? Hier gab es die... Da hinten ist 1 und 1 war doch bei den Bäumen, meine ich auch nicht. Genau, und das andere ist da hinten. Dann habe ich sie alle. So, ganz langsam. Ganz langsam. Nehmen. Harien, Kiefer weiblich gefangen. Sein goldener Körper freut sich, ja. So. Ja, ist ein Gerone und eine versperte Straße. Eigentlich noch da, Fuchs, oder... Oder wieder da, oder wieder weg? Keine Ahnung. Zack, zack, zack. Ich weiß, es ist gerade relativ unspannend hier und ich habe auch gar kein Quassel-Thema. Aber trotzdem dazu wissen, ob man noch, wer da ist. Bin da, okay. Ich war richtig vermännlich gefangen. Äh, zeige ich mich gestern. Äh, Abend, Rigor. Äh, gut Morgen, Rigor, wie auch immer man es nimmt. Äh, wir hätten langsam etwas müde, aber ich halte noch durch. Ja, ich habe, glaube ich, gerade schon gesagt, wo du weg warst. Also, Wassertempel mache ich heute nicht mehr. Ich mache jetzt aber bis vor dem Wassertempel. Also, alles an Zeitquests und Minigames, was ich jetzt machen kann, das mache ich jetzt auch noch. Ähm. Dementsprechend ein bisschen was habe ich noch. Also, für eine Stunde habe ich noch Zelda bestimmt jetzt vor mir. Allein die Nebenquests jetzt dann, die Haupt-, also die Haupt-Nebenquests. Und dann habe ich wieder eine Tagschicht, die ich aber abgeben möchte, irgendwie. Ich habe Spätschicht morgen, ich muss. Das ist ganz schön, dann bin ich nicht alleine. Reden. Oh, bist du etwa dieser Mensch, von dem wir die anderen Gronen berichtet haben? Aber schau dir nur mal diesen Felsen an, ob es hier einen Erdrutsch gegeben hat. Warum bist du eigentlich hier? Wolltest du etwa hier durch? Wenn ich etwas Quellwasser trinken und wieder zu Kräften kommen würde, könnte ich diesen Felsen vielleicht beseitigen. Wenn du Quellwasser hast, sprich mich ruhig noch einmal an. Das ist auch eine Nebenquest, aber eine nervige Nebenquest, die ich... Kann ich? Ich glaube, die Nebenquest kann ich aber auch schon machen, oder? Ich glaube, ich kann eine ganze Menge Nebenquests jetzt gerade machen. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Oder kann ich doch? Wenn ich über die Hülya-Brücke gehe, dann müsste ich ja zur Steppe kommen und von da aus müsste ich nach Kakariko kommen können. Und dann könnte ich über Kakariko wieder nach Schloss Hyrule kommen. Oder über Schloss... Nee, über Schloss Hyrule kann ich ja auch schon hier wieder hergehen. Nach Kakariko, glaube ich. Meine ich zumindest. Und vor allem, es macht sogar Sinn, jetzt die ganzen Quests jetzt schon zu machen, weil ich habe halt nur die begrenzten Herzen immer unterwegs. Achso, geil. Ich bin hier rausgegangen eigentlich für acht Rubinen und ich habe mal gerade drei gefunden. Cool. Ah. Oh, das ist nicht gut, dass ich jetzt gerade Halskratzen bekomme. Okay, das ist echt nicht gut. Zack. Okay, Pfeile. Das ist gut. Das ist auch nett. Kerne brauche ich zwar nicht, aber das ist auch nett. Ich brauche fünf Bienen. Achso. Killerraben. Okay. Killerraben sind weg. Ähm. Zack. Also irgendwie in der Wii-Version kamen aus dem Kass deutlich mehr Rubine gefühlt. Finde ich zumindest. Also kann ich eigentlich den Stein da weg machen? Moment. Oh, das ist ja Stein zu groß. Nein. Uh, ich habe meine Rubine gefunden. Das sind zwar ein paar viele gewesen, aber fast schon. Ist okay. Ach, und genau. Von hier aus kommt man auch auf einen schnellen Weg zurück zum Hylia-See. Ohne jetzt, ähm, das Minispiel machen zu müssen. Aber das will ich ja gleich mal machen. Gleich. Also ich werde, ja, oder? Also eine Stunde auf jeden Fall noch für Zelda. Je nachdem, wie viele Minigames und Sidequests ich machen kann, sind es dann doch vielleicht sogar zwei Stunden. Dann hätten wir es drei. Ich glaube, bis drei Uhr musst du mindestens durchhalten, Fuchs, oder? Wenn die Spätschicht halt erst um 17 Uhr, glaube ich, anfängt. Ähm. Okay, die Ladesequenzen in der Stadt hätten sie auch entfernen können, meiner Meinung nach. Die finde ich irgendwie unnötig. Aber okay. 2006 und so. Wo ja schon ein bisschen traurig ist, dass es jetzt echt hier andauernd Ladesequenzen sind. Solche kleinen Abschnitte. So, hallo Opa. Reden. Vielleicht eine kleine Spende für den Frieden in Hyrule. Das Problem an dieser Quest ist, es sind 1000 Rubinen und man kann maximal 50 auf einmal. Es wäre nett gewesen, wenn man da eine Anzahl hätte eingeben können. Zumal es noch eine andere Quest gibt, wo man den Betrag eingeben kann. Möge ein Engel der Liebe deine Wege gleiten. Bete weiter für den Frieden. So. Problematisch wird es nur, wenn ich mich verklicke. Ja, bis zwei, wobei ich nicht weiß. Kennst du das, wenn du dann auch mal einmal richtig müde wirst? Das habe ich vorhin gehabt, um Viertel vor neun. Da wollte ich mich eigentlich noch eine Stunde hinlegen. Habe dann aber Porco Rosso, wie gesagt, geguckt und... Ja. Dann... Gut, danach war ich dann wieder wach. Dann bin ich duschen gegangen und war wieder wach. Gut, ich muss auch sagen, um Viertel vor neun davor habe ich gerade gegessen ungefähr. Vielleicht war ich einfach nur vollgefressen und deswegen müde. Bei mir ist gerade nur das Problem, dass mein Hals kratzt. Und ich weiß nicht warum. Ich würde sagen, es liegt an der Heizung, die ich angemacht habe. Aber es war so scheiße kalt vorhin. Da wollte ich auch nicht ohne Heizung jetzt hier sitzen. Allgemein bei Heizungsluft, da fängt mein Hals dann doch teilweise an zu kratzen. Vor allem, wenn ich dann so viel Rede nebenbei... Wie beim letzten Zelda-Stream. Ah. Wobei... Beim letzten Zelda-Stream, da bist du doch mitten im Dungeon müde geworden. Aber war es nicht eher, dass du ins Bett musstest, weil du Tagschicht hattest? Ich dachte, so wäre das gewesen. Mach es doch jetzt aus. Müsste doch warm sein, nu. Ja. Kann ich machen, aber muss ich aufstehen. Ich war auf die Heizung bezogen. Ach so. War das nicht der vorletzte Stream sogar? Oder war es auch der letzte? Ich habe keine Ahnung. Ach so. Weißt du, was mich übrigens getriggert hat im zweiten Tempel? Im ersten konnte ich ja zwei Kisten einsammeln mit dem Stempel drinne. Und im zweiten Tempel gibt es auch noch zwei Stempel wieder. Also eigentlich in jedem Tempel. In der HD-Version. Und ich konnte den zweiten Stempel nicht einsammeln, weil mir ein bestimmtes Item fehlt, um ranzukommen. Welches ich erst im dritten Dungeon bekomme. Und ja, das hat mich irgendwie leicht angekotzt, weil das natürlich ein Raum vorm finalen Bosskampf ist, das Item. Die Kiste. Das hat mich getriggert. Dabei okay. Möge ein Engel, der lieber deinen Weg gleiten. Weht für den Frieden, lieber auch. Vielleicht eine kleine Spende. Ja. Die Hälfte haben wir. Das ist so eine beschissene Quest. Ey. Man kann bei einer anderen Nebenquest den Betrag eingeben. Warum hier nicht? Das ist so nervig. Ah. Ich meine gut. Das ist so eine Quest, wo man davon ausgeht, die bringt einem nichts. Sie ist einfach nur dafür da, dass man was machen kann. Mit seinen Rubinen. Natürlich. Es ist ein Spiel. Natürlich gibt es irgendwann eine Belohnung, wenn man es oft genug macht. Vor allem, was macht der Kerl mit den Rubinen? Er ist Priester. Ja gut. Die goldene Villa muss bezahlt werden, da innerhalb der Burgmauern. Aber okay. Warte, was? In der Stadt vergeht die Zeit? Die Zeit ist in der Stadt nicht angehalten. Es wird nämlich gerade Tag. Die Musik fängt an zu spielen. Das wundert mich gerade. Die Zeit ist eingefroren in der Stadt. Also in Ocarina of Time war es so. Majora's Mask hat ja immer einen Timer laufen gehabt. Das war ja da vollkommen egal. Aber hier? Wundert mich. Was mich auch wundert ist, dass ich mich bisher nicht einmal verklickt habe und aus der Seen 30 bezahlt habe. Vögel, Engel der Liebe, deine Wege gleiten. Tada. Du hältst ein Herz. Ja, sammle ein weiteres und du hältst ein zusätzliches Herz. Yay. Und wir sind pleite. Literally pleite. So, hier konnte ich nichts machen. Äh, brauche ich jetzt noch für irgendwas? Ja, eigentlich brauche ich Lampenöl. Verschwende ich jetzt einen? Ja, komm, ich verschwende jetzt ein Insektenpaar für ein paar Rubinen, damit ich mir Sachen kaufen kann. Muss sein. Also nebenbei netter Effekt. Die ganzen Kiefer krabbeln jetzt hier in der Wohnung rum. Kann die wegkicken. Cool. Kann ich vielleicht irgendwie helfen? Ja, kannst du. Lol, die Marienkäfer haben ein Trifoss auf dem Rücken. Interessant. Hm. Aber du, Marienkäfer männlich, bist du es wirklich? Ah, der Marienkäfer. Wenn ich nur ein wenig kleiner wäre, würde ich mit ihm irgendwo hinfliegen. Mhm. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum man sie in Hyrule Warrior spielen konnte. Ich meine, riesige Insekten als Angriffswaffe, von mir aus, aber ich habe es nicht verstanden. Warum ausrechnet sie? Es gibt so viele coole Charaktere, die man hätte nehmen können. Warum sie? Die ist ja wirklich Zeitquest vom Feinsten. Gefunden im Süden von Hyrule Stadt. So, ich bin schon wieder raus. Okay. Gute Nacht, Rigor. Bis die Tage demnächst und so weiter und so fort. Bis man sich dann mal wieder sieht. Ich weiß gar nicht. Bist du jetzt eher nachts oder eher tagsüber da? Ich weiß nicht. Bei dir ist es immer... Das wechselt bei dir auch, glaube ich, immer relativ stark hin und her, oder? Ah, damit ist das Papa komplett. Schau nur, wie glücklich die beiden aussehen. Ja. Wo hat die Kleine eigentlich so viel Geld her? Und warum gibt sie für Insekten so viel Geld aus? Das ist die viel bessere Frage. Das kann von Tag zu Tag anders sein. Ja gut, also wie bei mir. Bei mir ist es von Monat zu Monat. Aber... Ja. Diesen Mod ist extrem beschissen, weil ich halt wirklich... Ich habe jede Art von Schicht drin gehabt. Theoretisch. Ne, habe ich sogar. Ich habe die 8 bis 20 Uhr Schicht. Ich habe die 20 bis 8 Uhr Schicht. Ich habe die 4 bis 16 Uhr Schicht. Und ich habe die 16 bis 4 Uhr Schicht. Wahrscheinlich bekommt ihr eure... Äh, ja gut. Der Fuchs kriegt, glaube ich, wöchentlich seinen Schichtplan. Was auch, glaube ich, ein bisschen bescheuert ist, wenn man nicht vorausplanen kann. So. Ähm. Blickrad. Da kann ich nichts machen. Da kann ich nichts machen. Hm. Das müsste auf der Seite sein, oder? Ja. Reden. Ich bitte um Entschuldigung. Du kommst außerhalb der Öffnungszeiten. Bitte komm doch später wieder. Bitte um Entschuldigung. Du kommst außerhalb. Achso. Okay. Ich habe seit Donnerstag jede Art von Schicht gehabt. Und das kann von heute auf morgen ein schönes Fall spontan sein. Das ist echt... Ah. Das ist extrem mies. Aber... Ich meine, irgendwo müssen ja auch die Ruhezeiten eingehalten werden. Wenn du jetzt Donnerstag, keine Ahnung, Spätschicht hast und dann Freitag direkt Frühschicht haben sollst, das dürfte und geht eigentlich auch gar nicht. Oder dürfte eigentlich nicht gemacht werden. Keine Ahnung. Bei uns geht es einigermaßen im Normalfall, aber ist halt echt trotzdem scheiße. Eigentlich jetzt wieder dreiwöchentlich, aber da so viele krank feiern, eher schwierig. Krank feiern. Ja, wir haben mit denen geredet, haben sie was Neues zu sagen. Junge Mann, wenn du die Leute jeden Tag beobachtest, dann merkst du erst, wie interessant sie wirklich sind. Wer viel arbeitet, hat auch keine Zeit, den Leuten zuzuhören. Das können nur diejenigen, die sich die Zeit dazu nehmen. Welcher Typ Mensch verdient wohl mehr unseren Respekt? Da du auch nur hier sitzt, kannst du gar nicht so hart arbeiten. Findest du die Wahrsagerin in der südlichen Straße? Die kann wirklich die Zukunft vorhersagen. Okay. Bis jetzt habe ich ja nie an einen Wahrsager und sowas geglaubt, aber dann wurde mir vorher gesagt, ich treffe die Frau fürs Leben. Plus danach habe ich meine wunderschöne Freundin kennengelernt. Und seitdem ist jeder Tag wie ein Traum für mich. Vielleicht bist du ja auch im Träumen. Ah, hallo, der junge Schwertkämpfer. Als Tourist hier oder geschäftlich? Es gibt viel zu sehen in dieser Stadt. Wenn du neben diesem Café durch die Tür gehst, kommst du zu einer Aussehensplattform oder warst du da etwa schon? Ja, das hatte ich gerade als Wolf erwähnt, dass da eine Tür ist. Und die habe ich beim ersten Mal spielen, glaube ich, nie gesehen oder nie beachtet. Weil ich habe mich halt nie in den Ecken rumgetrieben. Das sind so die kleinen Einzelheiten und die Feinheiten und Details, die man... ...wie viele Spiele irgendwie dann haben, aber die man meistens nicht sieht. Ich war in meiner Arbeitszeit zu 50% selber und der Rest ist spontan. Das hat alles in die Rahmenbedingungen passen. Gestern war ich 14 Stunden auf der Arbeit mit 3 Stunden Pause. Ah, ja, gut. Ja, du hast halt 3 Stunden Pause gehabt, aber du warst halt trotzdem auf der Arbeit. Bekommst du dementsprechend 14 Stunden quasi bezahlt, weil du vor Ort warst? Oder kriegst du auch nur die 14 Stunden, die du wirklich gearbeitet hast? Ich habe ja momentan nur 12er Schichten. Also das, was du gestern hattest, habe ich quasi durchgängig. Aber ich habe halt nebenbei aktiv nichts zu tun, außer es kommt jemand, der was möchte. In dem Fall, solange kein LKW kommt, der beladen oder entladen möchte, habe ich Ruhe. Und solange ich keinen Rundgang gerade mache. Das heißt, ich habe relativ viel Freizeit dazwischen. Aber ich kriege halt trotzdem nur die 12 Stunden komplett bezahlt. Dass wir jetzt ja noch Pausen bezahlt bekommen. Ja, gut. Ich überdenke, es sind halt 3 Stunden Pause, weil er halt da bleiben musste, weil sonst keiner wahrscheinlich die Schicht übernommen hätte danach. Von daher, da würde ich schon zumindest die Hälfte der Pause würde ich ja schon irgendwie versuchen zu berechnen, wenn es geht. Ich habe immer aktiv zu tun, habe viel Kinderbetreuung. Ja gut, hier Kletterhalle war es, oder Kletterwald? Kletterhalle wahrscheinlich. Dann gehen unsere Schichten offiziell nur 7 Stunden, weil wir keine Pausen haben. Ja, offiziell nur 7 Stunden. Aber bist du trotzdem 8 Stunden da, weil du nebenbei vielleicht doch mal Pause hast. Halle, okay. Und Kinderbetreuung klingt hauptsächlich nach Kindergeburtstag und so weiter, oder? Ähm. Achso, nebenbei, hier sind Koronen. Und der hat, glaube ich, auch einen Shop, wenn ich mich nicht irre. Oh, du bist es, der große Held. Ich bin seit langem mal wieder mit meinem Vater in Hyrule-Stadt. Aber irgendwas hat sich hier verändert. Früher konnte man das Schloss besichtigen, aber jetzt lassen die niemanden mehr rein. Und man erfährt nicht mal warum. Ach, übrigens, ich verkaufe hier Medizin. Und eine Portion Rote-Selixier für 40 Rubine. Nicht kaufen, ich brauche Öl. Die Sachen sind hier teurer als in Kakariko, weil es einen Ost-Rottszuschlag gibt. Das sagt zumindest mein Vater. Ja. Wenigstens das ist real, im Verhältnis zu unserer Welt. Oh, bist du nicht der Held, der unsere Oberhaupt gerettet hat? Schön, dass man... Wie hast du in der Stadt davon erfahren? Ihr wart abgeschottet. Äh, irgendwie per... Steinfunk. Grüner Mann hat gerettet oder so? Keine Ahnung. Wenn ich's los ist, sitzt man halt mal... Joa, aber es wird nichts abgezogen. Ja. Du hörst ja quasi, wenn jemand reinkommt. Dann kannst du ja von hinten nach vorne gehen. Von daher ist es ja okay. Ja, genau. Und das ist das Schlimmste. Macht zwar Spaß. Man muss aber immer zu einer Präsentalein. Ja, gehört. Das ist halt das Problem. Ich weiß nicht. Was bekommst du stündig denn bezahlt? Da du ja wirklich für die Sicherheit da bist, dass alles läuft und du musst ja immer 100% anwesend sein. Das müsste eigentlich relativ gut bezahlt werden, doch was stimmt, oder? Ich mein, mein Lohn ist nicht mal 10 Euro die Stunde. War auch... Für das, was ich mache, ist er halt relativ hoch, kann man sagen. Ich muss halt wirklich nur dann was tun, wenn auch jemand kommt. Wenn jemand kommt, ja, dann kann ich Däumchen drehen, kann nebenbei theoretisch zocken und Videos gucken am Handy. Und bei den Rundgängen kann ich nebenbei den offiziellen auch Videos anhören oder gucken, wenn ich Langeweile habe. Oder sonst was machen. Das ist halt immer so diese Sache. Äh, ja, gerettet. Dank dir können wir wieder in die Stadt kommen und unseren Geschäften nachgehen. Die Goron-Mafia, ich sag's ja. Ich war ja lange nicht mehr hier, aber irgendwie herrscht eine seltsame Stimmung in der Stadt. Ich habe versucht, meine Lizenz für den Verkauf im Schloss zu bekommen, aber die haben mich nicht reingelassen, deshalb bin ich hier. Oben wird auch etwas verkauft, schau's doch mal an. Genau, da wollte ich hin. Oben wollte ich hin. Der müsste oben doch eigentlich dann bestimmt Öl haben, oder? Öl, 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 Öl. Noch ein grohes Kind. Oh, der große Held, ich freue mich, dich so zu sehen. Ich bin mit meinem Vater hier, um ein paar Sachen zu verkaufen. Er ist draußen auf der Aussichtsplattform. Hey, brauchst du nicht etwas Lampenöl? Kostet nur 30. Ja, kaufen. Du hältst Lampenöl, ein unverzichtbarer Brennstoff, um die Lampe zu entzünden. Um Öl nachzufüllen, lege die Lampe... Ach stimmt, ich habe ja eine Fee verbraucht. Scheiße. Zu wenig ist im normalen Sport... Äh, was? Wenig ist im normalen Sport. Ich bin bei je nachdem, max 12 Euro brutto. Ah, ja gut. Also ich sage mal so, du musst halt wirklich immer anwesend sein, musst immer aufpassen. Und dann 12 Euro die Stunde und du stehst wahrscheinlich auch die meiste Zeit, gehe ich von aus. Du wirst ja nicht nebenbei sitzen können und dann nach oben gucken, wann sie da rumklettern. Da finde ich 12 Euro brutto schon ein bisschen hart. Ich habe halt... Okay, noch habe ich keine Abzüge. Wenn ich jetzt auf Teilzeit gehe, werde ich wieder Abzüge haben. Aber... Meiner beläuft sich auf ungefähr 89 oder 10 Euro. Um es jetzt nicht genau zu sagen. Ähm... Dafür wie gesagt, halt sitzen, warten bis was kommt und... hin und wieder mal laufen. Mein Hals kratzt echt extrem. Scheiße. Ja, siehste. Also dafür, dass du da die ganze Zeit stehen musst, das ist halt... Das ist halt dann schon schlecht bezahlt, muss man sagen. Ich glaube, Fuxi bekommt, glaube ich, 14 Euro oder so die Stunde. Und steht halt auch die ganze Zeit. Muss aber halt nicht 100%ig aufpassen. Wobei... Wenn irgendwer an der Tankstelle meint, abzuhauen, sind ja Kameras draußen. Und was sollst du von hinter der Theke aus auch machen, wenn da was passiert. Von daher... Außer die Polizei rufen, dass da wer abgehauen ist, kannst du auch nicht. Eigentlich. Ähm... Vielen Dank, wenn du mal wieder Öl brauchst. Ja. Das ist jetzt gerade ein bisschen hier Smalltalk, aber passt schon. Ähm... Kann man ja mal machen nebenbei. So, jetzt kann ich... Also nebenbei, wieso kann man eigentlich die Items auch ändern? Äh, so, Rampenöl. Interessante Kamera, out of bounds. Das sah sehr nett aus. Ähm... Wie viel? Machen wir mal so. Kann ich die... Ich kann die Dinger nicht ändern. Schade. Ähm... Ich muss aber mal eben hier umbauen ein bisschen. Mein Gamepad ist nämlich gerade rot geworden. Der Controller sollte aufgeladen sein, weil es geht. Gehe ich mal von aus. Aber das Gamepad ist schon rot mittlerweile. Zack. Äh... 14,5. Ja. Und schon aufpassen, wenn du deine Sachen nicht richtig machst, legst du am Ende Differenzen in die Kasse. Ja. Aufpassen... Ja, ich sag mal so. Aufpassen, wenn du an der Kasse stehst, ja. Aber jetzt nonstop drauf achten, dass hier jetzt keiner mit einer getankten Ladung irgendwie abhaut, das kannst du eh nicht verhindern. Du kannst natürlich drauf achten, ob jemand irgendwas einsteckt da. Aber es ist ja sowieso Kamera überwacht, von daher, notfalls, wenn irgendwie schwund ist, kann man sich die Kameras angucken. Theoretisch. Aber weißt, was ich meine? Du hast jetzt nicht so das große Pech, wie jetzt Rigor dann. Aber gut, es macht ihm ja zumindest Spaß, von daher ist es vielleicht ja sogar noch halbwegs gerechtfertigt. Er hatte im Stahlwerk 12 Euro Einstiegsgehalt mit 90% auf der Steuer... äh, was? Steuerbühne sitzen. Um theoretisch mit dir auf 18 Euro zu kommen, plus Zuschläge. Okay. Ja, aber das ist halt... Wird halt gut bezahlt, plus sitzen. Aber vielleicht hat es keinen Spaß gemacht. Ja, es geht jetzt nicht um Leben und Tod, das stimmt. Ja, darauf wollte ich hinaus. Bei mir sind es halt... Wenn ich es genau nehme, ich bin jetzt ja momentan da hier im Metropolpark unterwegs und was da an Werten steht, an Autos. Es sind bestimmt 5000 Autos oder so, der S-Klasse, A-Klasse und so weiter. Jedes Stück 100.000 Euro oder so kosten, mindestens, gefühlt. Äh, wenn da was passiert, das ist natürlich ein hoher Wert. Und wenn da jetzt irgendwie Feuer ausbricht oder so, können wir auch nichts dran machen. Aber aus versicherungstechnischen Gründen sitzen wir halt da. Und sind da anwesend. Und was anderes sind wir da nicht. Wenn jetzt irgendeine polnische Autodieb, äh... Ja, Wande kommt. Ein polnisches Mafiakartell oder so, da können wir auch nichts dran ändern. Wobei es unwahrscheinlich ist, dass die da reinkommen. Von daher, aber... Man weiß ja nie. Ach, du bist es. Du hast viel für uns überhaupt getan. Wer bist du? Ihr seht alle gleich aus. Hier haben wir es zu verdanken, dass wir wieder in die Stadt kommen und unseren Geschäften nachgehen können. Wir sind seit langem mal wieder hier, aber die Menschen und die Stadt sind wie eh und je. Außer, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber bei meiner Ankunft hatte ich irgendwie ein seltsames Gefühl. Hast du nichts gemerkt? Aber wichtiger ist erstmal, ob du vielleicht Pfeile brauchst. Wenn du nicht 30 Pfeile für... Was? Willst du nicht 30? Komm. Ich brauche wieder Pfeile, ey. Pfeile sind OP. Und ich unterstütze die lokale Gewohnenwirtschaft. Yay. Polnisches Mafiakartell zuerst gehört bei Uni. Was denn? Jedes Land wird doch irgendwie seine tolle Untergrundorganisation haben. Bei uns sind es die Rockerbanden oder so. Keine Ahnung. Ja, fast schon. Du weißt, was gemeint war. Fuchs, sehr froh. Ich war fast untergewichtig und habe durch den Stress... Was? War durch den Stress, weil es immer um Leben und Tod geht, bei mir noch 5 Kilo abgenommen. Nicht gedacht, dass es möglich ist. Jetzt bin ich jetzt leicht. Weißt du? Fuchs, sehr froh. Ich war fast untergewichtig und habe durch den Stress, weil es immer um Leben und Tod geht, bei mir noch 5 Kilo abgenommen. Also jetzt im aktuellen Beruf meinst du hier beim Kletter... bei der Kletterhalle. Ja gut, es ist halt... Ja, es ist natürlich Stress, wenn du wirklich da gleich kleinere Kinder hast, die dann wirklich rumschaukeln und so weiter. Und da können was passieren. Wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, dann geht es, wie du sagst. So habe ich es jetzt zumindest verstanden. Komm einfach später wieder. Du findest mich immer hier. Ja, ja. Für mich auch nicht. Ich habe ja damals mein Praktikum bei der Ergotherapie gehabt. Das war ja chillig, wie sonst was. Aber ich könnte nicht mit behinderten Leuten oder behinderten Kindern da irgendwie einen auf Gugu Gaga machen und versuchen irgendwie ihre normale Motorik zu fördern. Das geht nicht. Die gehen mir irgendwann auf den Sack, wenn sie es nicht hinbekommen. Oder wenn sie es nicht verstehen wollen. Ist einfach so. Genau. Deswegen ist Lehrer für mich eventuell auch nicht die beste Variante. Für mich ist es dann wahrscheinlich leicht, wenn ich studiert hätte und es geschafft hätte, es zu studieren. Wenn ich das schaffe... Weil ich denke nämlich, wenn ich es schaffe, Lehramt zu studieren und das zu verstehen, was ich denen beibringen soll. Wenn ich es schaffe, das zu studieren, dann schaffen die es auch, das zu verstehen in der Schule. Das ist meine Meinung eigentlich dann. Zumindest jetzt gerade in dem Moment. Andererseits weiß ich halt, wie schwer es ist in Mathe zum Beispiel, wenn man es grundsätzlich nicht versteht. Ähm... Das ist halt immer so ein... Ja... Hier hat jemand, wie man es betrachtet. Einerseits, ja, ich habe es hinbekommen, also kriegt jeder es auch hin. Aber jeder ist halt verschieden. Das ist wieder dieser Punkt dann. Äh... Kinder ohne Aussicht von Eltern stressen mich. Wir haben ja auch viele Kunden vom Sonnenhaus. Da kommst du dir manchmal auch wie so ein Intensivpfleger vor. Habt ihr? Okay. Letztes Jahr zwei Abstütze zum Glück bei normalen Kunden. Und nicht durch Trainer, aber heute zum Glück. Gab es keine Toten? Ich war aber beide mal anwesend. Ah, ja gut. Ja, vor allem wenn sie dann... Ich weiß ja nicht, wie hoch man klettern kann in solchen Kletterhallen. Aber natürlich, irgendwie... Man hat halt dann irgendwann eine gewisse Höhe. Zehn Meter bestimmt. Vielleicht sogar zwanzig Meter. Wenn dann man irgendwie abrutscht oder so. Äh, das kann unglücklich ausgehen. Äh, kann man hier eigentlich rein? Nö. Kann man nicht. Was habt ihr eigentlich jetzt hier? Na nu, dich habe ich hier auch noch nie gesehen. Sag mal, hast du schon diesen Laden hier besucht? Wenn du noch nicht dort warst, solltest du unbedingt einmal vorbeischauen. Echt, hier sollst du diesen Laden einmal besuchen. Äh, Verzeihung. Das Betreten des Geschäfts mit der Art verschmutzten Schuhwerk stellt eine Belästigung für die anderen Kunden dar. Aber wenn du dir die Schuhe geputzt hast, freuen wir uns natürlich, hierzeitig wieder begrüßen zu können. Okay, irgendwo kann man sich, glaube ich, die Schuhe putzen lassen. Genau hier. Ach komm, machen wir es einfach mal. Junge, deine Schuhe sind ja ganz schön schmutzig. Egal, wie brechtig dein Gewand auch ist. Schmutzige Schuhe ruinieren den guten Eindruck sofort. Die Leute sehen schließlich auch auf deine Schuhe oder haben sie dich etwa in den teuren Laden da reingelassen. Wie sieht's aus? Soll ich sie viel... Ach komm, wer putzt mal auf den Zehen. Gute Wahl. Und gleich sind deine Schuhe auch wieder so sauber wie frisch aus dem Laden. Komplett unnötig eigentlich, aber trotzdem nett. Eltern sind meist schlimmer als Kinder. Bei uns 15 Meter und Betonboden. Ja, gerade der Betonboden. Das ist natürlich... Wenn du da aufprallst, das könnte wehtun. Wenn halt unter den Wänden Matten wären. Solche Gymnastikmatten oder so. Das wäre ja noch halbwegs dann vielleicht entlastend oder so. Aber komplett harter Boden. Au. Sonst kann ich auch schnell mal einen psychischen Knacks hinterlassen als Betreuer. Den hab ich doch schon... Also alles gut. Also den Knacks. Ja gut. Äh, na was sagst du jetzt? Wie neu, oder? Wenn sie wieder schmutzig werden sollten, putzt sie die natürlich jederzeit gerne. Unterstützt die heutige Jugend hier. Öffnen. Es hat übrigens gar nichts gebracht, aber der Laden, der ist einfach... Ja, er ist golden. Die Musik vor allem. Man kann sich hier drin nichts leisten eigentlich. Reden. Hm. Was ist? Soll ich dir etwas zeigen? Beile. Zehn Stück. Kein Preis dran. Wie sieht's aus? Kaufe ich. Das macht dann... Zehntausend Rubine. Okay. Ja. Und so geht das hier mit allen Sachen. Er hat übrigens Bombenkäfer und Wasserbomben schon mal. Äh, Sortiment. Äh, die Wasserbomben hat ja Burns jetzt auch im Angebot, hat er gesagt. Die Dinger... Ich weiß gar nicht, gibt's die auch mit den Wasserbomben gleichzeitig? Die sind komplett unnötig eigentlich, die Dinger. Die braucht man nicht. Die sind vielleicht ganz nett für bestimmte Situationen, aber eigentlich unnötig. Äh, Verzeihung. Was ist mit euch reichen Leuten hier? Was ist? Soll ich dir etwas zeigen? Nein, ich wollte mit den Damen hier reden. Mit dem Herrn, der Dame. Aber gut, ja. Der Laden... Es ist ein Laden für Snobs, die zu viel Rubine haben. Ich glaube, alles ab 10 Meter plus. Das ist es auch egal, worauf du fällst. Ja. Selbst das... Wasser ist ja an sich auch weich, aber irgendwann... Es wird halt dann hart, wenn du zu weit hoch drauf knallst. Aber es könnte halt theoretisch ein bisschen abfedern. Also so eine Matte. Wasser nicht. Wasser könnte schlimmer sein als Boden, glaube ich, oder? Äh, so. Ich brauche gerade wieder relativ lange, also... Ich habe jetzt hier nichts geschafft innerhalb der letzten halben Stunde, gefühlt. Aber ist ja okay. Screams sind ja auch ein bisschen zum Quatschen da. Ansehen. Du nimmst Brot in die Hand. Es ist frisch gebacken und knusprig. Aber es ist nicht gerade billig. Leg es lieber wieder zurück. Ja, derjenige, der jetzt das Brot kauft, was Link mit seinen verschwitzten... ...mit vom Schwerte versehenen Händen kauft. Ja, tut mir leid. Äh, das höchste, was ich mitbekommen habe, waren circa 8 Meter. Und zwar dann nur einen Oberschenkelbruch. Da war aber schon Glück im Spiel. Das war am 23.12. Oh ja. Au. Einen Tag vor Weihnachten. Das war natürlich bestimmt sehr nett. 8 Meter auf Beton, da kannst du auch schnell ganz anders an, denke ich. Ja, 8 Meter. 8 Meter dürfte... Ich weiß gar nicht, wie hoch ist unser Haus? Also, mein Zimmer könnte an die 2,20 Meter vielleicht hoch sein. Vielleicht auch 2,50 Meter. Hm. Also, ungefähr von unserem Dachboden aus bis ganz da unten. Ja. Ja. Man könnte... Könnte man bei der Distanz schon sterben? Eigentlich ja, oder? Man kann bestimmt aus 3 Metern auch sterben, wenn man falsch landet. Von daher... Alles ist möglich. Äh, nebenbei reden. Papa verkauft frisches Quellwasser und jetzt kommt keine neue Ware, deshalb hängt er den ganzen Tag am besten im Tor rum. Wenn ich mit ihm reden will, sorgst du einfach nur, ich mache mir wirklich Sorgen um ihn. Wenn es so weiter geht, nimmt es ein böses Ende mit meinem Papa. Kannst du nicht irgendetwas tun? Wenn man ein Problem hat, redet man am besten mit dem Ältesten im Dorf. Aber der Weg ist viel zu weit für mich. Ja. So, soviel zum Thema. Ich habe noch eine Stunde. Also, bei dem Tempo, was ich jetzt hier an den Tag lege, mit dem Quatschen nebenbei, das dauert dann doch ein bisschen länger noch. Hahaha.